Den Gondon exult sie ja Ich bin in die Halle zurückgekehrt, um dich zu holen So, dann gehen wir mal in die Kathedrale des Lichts Oh, was ist hier los? Eine Versammlung Wir kommen immer wieder zurück Seek your blessing there Everything is unfolding as in Narius foretold Soon he will be free to escape sanctuary and return to the heavens where he belongs Okay Koa Voila Rad des Lichts Hier müssten wir hin Hier haben wir noch die Nebenquest So Wir waren auch noch nicht hier im westlichen Teil der Stadt Schätze von Manistat Level 5 Da sind wir ja bei weitem drüber Mal schauen, ob wir da irgendwie hinkommen Oh Hey, ein Hundi Na du Schade Können wir nicht interagieren mit Was ist denn mit dir passiert? Was hast du denn verbrochen? It was only an apple I stole The father wouldn't want me to go hungry, would he? Das Holz ist mit dem Spruch versehen Lass dies der erste Schritt Auf eurer Reise zum Licht sein Oh Wie übel ist das denn bitte? Oh, was mit deinen Augen passiert? Say it a damned snake She keeps them on a chain around her neck Damn her Damn her And I hope she burns for what I've had to watch Okay Hier geht's raus Haben wir dann die Stadt Komplett hier unten Fehlt uns noch ein kleiner Teil Und hier auch So wie es scheint Aber wir müssen erstmal hier hin Westliche Wege Hier ist wieder Ereignis in der Nähe Out of mana Once again Was haben wir hier für ein Ereignis? Oh Hier ist irgend so ein Kristall Ah, hier ist noch jemand bei uns Okay Anscheinend haben wir das Ereignis Geschafft So wie es aussieht Ja, ein bisschen schade Dass wir das nicht alleine machen können Dass wir hier ständig andere Spieler Mit uns rumlaufen haben Ich hätte mir tatsächlich so ein Ja, so ein Singleplayer Auch ein bisschen gewünscht Weil auch wenn wir uns hier mal Monster angucken wollen Dann Kommt vielleicht irgendjemand vorbei Und killt es schnell weg So Wir sind Die werden doch ganz schön stark Die Gegner mittlerweile Müssen wir mal gucken Ob wir unseren Blitz Noch irgendwie upgraden können Eisiges Grab Schauen wir uns doch mal an So Läutert den Keller Dann gehen wir doch mal läutern Eine gelbe Hose Sehr schön So Ein paar Tränke Wo haben wir die Hose Hier Plus 55 an Rüstung Schadensreduktion Okay Haben wir eigentlich eine Haltbarkeit Bei den Gegenständen Ah, Haltbarkeit 100 von 100 Gut Und da wir ja nicht so wirklich Immer noch 100 Vielleicht nimmt es auch in der Beta Phase noch gar nicht ab Wir haben hier ein Amulett Ein gelbes Widerstand gegen Was haben wir momentan 4 alle Und 1 zu maximalem Leben Und hier haben wir Ausweichchance Und Bewegungsgeschwindigkeit Sehr nice Ähm Oh Zweiter Ring Okay Okay Aber ansonsten Ah Jetzt Okay Ich war gerade am überlegen Wir haben hier ja Einen Stab Und durch den Stab Können wir Nicht mehr so einen Schädel Oder sowas tragen Okay Okay Da ist natürlich jetzt die Frage Angriffsstärke 163 Und wenn ich jetzt Das hier reinnehme Und dazu Den hier 143 Okay Da sind wir schlechter Okay Dann ist der Stab Auf jeden Fall Hier könnten wir nochmal Plus 500 Ne Also ist der Stab Doch noch besser Okay Dann behalten wir den Stab Erstmal Okay Da müssen wir auf jeden Fall Darauf achten Dass wenn wir da bessere Gegenstände finden Dann müssen wir vielleicht doch Irgendwann unseren Geliebten Stab Ablegen Oh nein Die Rehe Irgendwo hier Müssen wir Nach unserem Mönch suchen Das stimmt wieder Am letzten Ende Sucht bei den Klippen Ah Nach Hinweisen Okay Es wird immer Kleiner der Bereich Wo wir hin müssen Und wir können Einen Punkt verteilen Noch nicht erlernt So Kritische Knisternde Energie Nicht erlernt Können wir noch nicht lernen Wir haben noch einen Punkt Hier können wir Oder können wir jeweils nur Ah wir können Okay das Das hier sinnvoller Mit 25% mehr Schaden Wenn wir einzelne Gegner haben So Jetzt können wir mal hier anfangen Eins noch Oh wir können hier unten Sogar schon was lernen Wenn wir Ach ne können wir nicht Wir müssen Okay dann gebe ich hier Erst erstmal noch Was wollten wir hier Zwei Mana Bei Wenn wir Low on Mana sind Dann können wir mit Feuerblitz Mana regenerieren Oh nein Der Arme Bist du Bosan Der Mönch Okay so Schätze Ah die Forderung Und wir müssen Hier hin Der Händlerfürst Oh Hier scheinen wir richtig zu sein Erstmal hier den Wegpunkt aktivieren Telgan Der Händlerfürst Das war alles Quest abgeschlossen Belohnungen verfügbar Ah Einfordern Oh Wir können hier Das ist ja auch interessant Wir haben hier 3000 Und wir bekommen sogar noch Einen Fähigkeitspunkt hier Einfordern Eine Trankladung Ah Das ist cool Okay wenn wir jetzt noch Einen Fähigkeitspunkt Ah für alle sogar schon So Plus eins Das heißt wir können jetzt Hier unten weiter arbeiten Was haben wir Hydra Hydra Eisklingen Blitzschmer Wir fangen einfach mal oben an Ich gehe mal eins auf Hydra Ah da direkt schon hier her sortiert Hier haben wir jetzt nichts gelernt Okay Hydra ist vielleicht ganz cool So Der Heiler Und verkaufen müssen wir eigentlich So und hier müssen wir mal gucken Verwertungstruhe Aber erstmal würde ich sagen Ah Spezialgegenstand konnten wir wieder nicht verkaufen Oder konnten wir aber Wollen wir nicht Das ist auch ein Spezialgegenstand Ich weiß noch nicht was es da Mit auf sich hat Okay so Verwenden So geht das also Sehr schön Gut Gut angelegtes Gold Dann würde ich sagen Machen wir mal bei der Quest Gut angelegtes Gold weiter Gut angelegtes Gold Gut angelegtes Gold Untertitelung des ZDF, 2020